sehr gut warum ist jetzt hier rot renn in die Mine, renn warum rennst du denn nicht, oh ich muss doch nichts mach keinen, nein du bist doch eine blöde Potzaur ich verprügel dich ich muss mich selbst fühlen, ich renn lieber in die Mine anstatt erschossen zu werden oder beides, ok beides ist auch schön wenn man wenigstens kann bleiben in meinem Körper all dies findet man den Körper auch nicht mehr so ein scheiß, äh man ja toll, ich rette euch beide nochmal weil es so viel Spaß gemacht hat hello, hello hello, folge mir, ok paramide pies die gibt es auch noch, die sind aber nicht ganz so schlimm wie die Krabs, Scrabs heißt eigentlich Mr. Krabs hier von Sprachsport ok whos ist der andere ich habe doch schon längst hier auf und mach doch keinen Mist, hier ja der ist doch schon ich glaube ich habe gerade einen Bug vom Spiel gefunden ich drücke jetzt gerade wirklich nichts mehr ich schlage in die Hände und der hört einfach nicht auf äh, zu genden äh, ja, gut mach ich ihn jetzt Selbstbestörung der hat nicht funktioniert speichere ich einfach mal und lade den Spiel schon einfach neu das, äh, oben ist übrigens Castlevania Symphony of the Night, ein schönes Spiel er wurde auf MWC 1, was wurde das der Vorteil, den ich jetzt habe ist, dass er nicht an Ort und Stelle weitermacht wo ich gespeichert habe das ist nicht nämlich ein Riesenproblem sondern der macht beim letzten Speichelpunkt hoffe ich doch weiter also da hinten an der Tür ja, komm ist gut 24 Minuten spiele ich schon wow, wow, wow ja, komm, komm ja, sauber folge mir nein, erst mal hallo folge mir folge mir folge mir folge mir folge mir nicht dahin, du Vogel ooooh, ey seltenst demnächst sind die Leute komm, ja, komm renn ooooh, ey so, jetzt du ja, ich habe L1 hier gedrückt beflucht ok so, jetzt warte ich bis der im Bild ist so, jetzt aber und hepp, schön mit Anlauf ok, den schicke ich da jetzt nicht runter sondern ich verschwinde jetzt hier einfach Vale Mann, без Achso, das ist ja trotzdem was soll ich das denn jetzt was mach mich doch nicht fertig ich kann sie legen was aus dem mund raus das ist eine fresse oder schleichen wir uns an dem vorbei und fallen erst mal richtig laut ja klar weg die nicht wenn ich da irgendwie so eine granate werfen es aber keine probleme mehr das fiech hier zu töten ich weiß nicht was diese lustige schalter hier bringt ich hab irgendwie das ungute gefühl dass er jetzt irgendwas runterkommt diesen mutaten oder den da links oder vielleicht sogar mich tötet ich mach's einfach mal okay nix passiert aber dies können wir mit dem jetzt nicht mehr viel anfangen nein also ich hab gar nicht gar zu ach das ding da oben ist jetzt ausgeschaltet ist natürlich nett so ich muss noch eine granate ja ach so ich verstehe da muss ich mich da oben das ding der kill muss aber irgendwie an diesem komischen schlack hier vorbeikommen slick nicht slack slack sind die hunde von denen die auch noch sehen werdet und den dann zu bekehren schänden hypnotisieren scheiße nein 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 ach fick dich doch du bist doch kacke ich hasse dich oder die ja ja schön dieses bild kenne ich doch hallo folge mir folge mir folge mir das alter alles klar ja komm schon mal Halt die Fresse. Tut mir leid, ich bin leider zu schnell gefallen. Oha! Oha! Ach du heilige... Ach, da muss ich hoch springen! Wo spring ich denn da hoch? Nicht zu sehen? Nein. Okay, er hat mich scheinmal gesehen. Wo kann ich denn da hoch springen? Hä? Ich bin doch grad runter gefallen, oder? Ich will ein neues Ding da oben kaputt machen, man. Warum hast du ja mich denn? Hallo! Hallo, folge mir! Okay. Äh, die extra Moodaken sind natürlich zu meiner Verteidigung auch relativ schwer einzufangen. Zumindest für mich natürlich. Okay. Hallo! Hallo, folge mir! Okay. Äh, das ist noch der Anfang des Spiels ist, dann, äh, bin ich das schon anspruchsvoll. Nur um meine Tode auch ein bisschen zu entschuldigen. Die zahlreichen. Aber es wird noch viel mehr folgen, keine Sorge. So. Äh, warte! Ja, ist ja gut. Jetzt haben wir auch schon tausendmal durchgekaut. Komm, ich glaub jetzt hat man... Sag nicht warte. Wie bitte heißt das, du Arsch? Oh, jetzt häng ich da. Cool. Ja, wach auf. Du bist toll. Ich hasse dich. Äh... Boah, meine Güte, war das schlecht, ey. Äh, äh... Nein, 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 durch die Fleischsäge. Ey, da ist mal schön mein Gesicht reingelt. Ah, du bist doch doof. Ich hasse dich. Man müsste einfach nur den ganzen Strom hier ausstellen, dann läuft hier nix mehr. Komm, überlang schleichen. Hallo. Hallo, folge mir. Okay. Hallo. Oh, mein Gott. Die beiden hier am Anfang, die nerven einfach nur am meisten. Aber da Ewigkeiten für brauen, um die mal hier irgendwie zu platzieren und die dann zu retten. Hallo. Hallo, folge mir. Ach, ich hasse nur mal 11 und 12. Hallo. Ich bezeichne euch nur noch mit Nummern. Ach komm, ey, mach du mal hier. Eins, zwei. Oh. So. Runter da. Warte. Warte. Ach komm, ich kann hier einfach runterfallen. Zack. Komm, nichts mehr hier. So. Nichts. Nein, nicht schießen. Lebt er noch? Komm, der muss doch leben. Der muss doch leben. Lass ihn leben. Ja, sauber. Schweigen gehabt. Ja, hallo, grad bin ich da auch runtergefallen. Nein, der ist nicht aufgewacht. Ah. War nix, war nix. War nur dein, äh, hier so ne optische Täuschung. So kann ich das eigentlich auch machen. Das ist so verdammt gefährlich wegen dem da unten. Ach, scheiße. Wunderbar. Süße, süße, süße. Der Hilfeschein bringt auch nix mehr, Süße. So. Deine Fresse verschönern. Zack. Oh, ist er gar nicht davon übrig. Sieht besser aus als vorher. Oh, oh, oh. So. Und hoch da. Ah, ich brauch jetzt noch ne Granate. Aber erstmal mach ich hier die Fleischsäge aus. Die kann nämlich gehörig nerven. So. Äh, 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 ich hab so viel Angst, ich hab so viel verfickte Angst. Äh, äh, ich weiß nicht mal wie ich da hochkomme. Äh, 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 äh. Ist da irgendwas geplatzt? Bitte lass da was geplatzt sein. Äh, nein, natürlich nicht. Äh, 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 äh. Nächste Granate. Zu dir gibt's davon unendlich. Man kann meist nur eine tragen. Aber das war jetzt einfach gelogen. Kann auf jeden Fall mehrere auch tragen. Oh, ich weiß nicht, ob du das piepen hörst. Hör das piepen. Okay. Äh, ja. Das war eigentlich schon... Ja, klar. Na, was soll's. So, gleich werfe ich die Granate dann auf den Slick. Tut mir leid, dass ihr immer dieselben Stellen sehen musst, aber... Ich kann's einfach nicht besser. Warte. Stopp. Okay. So. Hallo.